Okay, das alles ist in Ordnung. Jetzt gehen wir mal durch. Ja, hallo? Jemand zu Hause? Oh. Jetzt wurden wir schon wieder gegrabt. Oh. Der ist schnell. Der Darksus 1. Oh, der hat einen Schwanz. Da kann ich den Abschlag. Au. Wo bin ich denn? Autsch. Autsch. Ja, okay. Der ist doch ein bisschen anspruchsvoll, der Manus. Der ist doch manisch depresiv. Ich habe mir mal so ein Video angeguckt. Ich weiß gar nicht, ob... Das war auch von Darksus 1. Das war so ein Lore-Video. Also halt einfach so ein animiertes Video. Und dann waren so... Das war so mit diesem Anfall mit diesen Drachen. Und mit Thief. Wo die immer hingehen und sagen, Ich weiß nicht, wie es so fällt Leuten sowas ein. Das war aber sehr witzig. Also muss ich sagen, das war schon... Wenn ich noch wüsste, wie es heißt, dann würde ich es euch sagen. Ich würde es auch verlinken, aber vielleicht finde ich es dann nochmal. Das Gute ist, ich lade die Folge wahrscheinlich eh später im Laufe des Tages hoch. Also, vielleicht finde ich es nochmal in meinem Verlauf. Ich kann da zwar nichts versprechen, aber... Ich laufe jetzt hier einfach durch. Oh, RIP, 23K und eine Menschlichkeit. Achso, der Gute bewacht ist ja... Und ich bin auch vergiftet. Nein, ist egal. In 23K hast du mir Ruhe hin. Ach, da unten vorhin da hinten, weil dann kann ich den Dude killen. Aber so weit will ich jetzt nicht laufen. Okay, dann halt nicht. Ja, Dude, fall mal runter. Komm, fall mal runter. Ah. Jetzt ist dann Manus Mittelfinger vorbei. Jetzt ist er bei Manus, brauche ich aber gar nicht blocken. Also, habe ich so das Gefühl. Weil er grabt mich immer nur die ganze Zeit. Aber gut, ich habe da auch keine Ahnung. Ich habe den Kampf... Ich habe... Scheiße, ich habe diesen... Ich habe dieses ganze Ding nicht raus. Oh, nein, ich habe mir verloren. Das ist gut, glaube ich mal nicht mitgenommen. Oder hat es das nicht gelaufen? Ich bin mir nicht sicher. Ist er egal. Weil so viele Seen brauche ich jetzt nicht mehr. Oh. Geht halt schon irgendwie ein bisschen ab. Das hat aber auch voll viele Leben. Komm mal auf sich zu. Komm mal auf sich zu. Komm mal auf sich. Komm mal auf sich zu. Komm mal auf sich. Ouch. Oh, shit. Okay, getroffen hat mich das jetzt nicht. Autsch. War ein Schuss in den Ofen. War ein Schuss in den Ofen. War ein Schuss in den Ofen. Da hab ich ihn doch fast gehabt. Aber okay. Jetzt weiß ich ungefähr, wie es abläuft. Was hat mit meiner Nase los? Dieses ganze Niesen. Da fang ich langsam zum Rotzen an, Alter. Halla! Und danach können wir Gwyn. Wir holen sie erst zu leer. Dann können wir Gwyn. Und dann ist es vorbei. Ja, so ein Scheiß und sowas. Den mach ich natürlich nicht. Aber auch sonst hab ich gar keinen Bock. Jetzt komm mal ran hier. Süd. Danke Süd. So, wieder Manus Mittelfinger. Ich glaub, ich bin an normalen Gegnern hier öfters gestorben, als an Bossen überhaupt. Der Kampf, der kann jetzt schon krass werden. Das ist echt die gute Dinge, Leute. Ich denk mal, ich könnte es vielleicht jetzt packen. Mit Rikazzi. Ich glaube, ich könnte es jetzt packen. Das ist neu. Also, das war jetzt neu. Okay, das scheint er dann zu machen, wenn ich zu nah an ihn drangehe. Das hat er vorher nicht gemacht. Also, noch ein Versuch. Aber ich muss sagen, ich war jetzt besser dran, als vorher. Also, ich kenne jetzt ungefähr das Kampf. Muster. Aber das war jetzt neu. Das zählt nicht. Also, ich bin ein Versuch. Also, ich bin ein Versuch. Zu Hands. Also, ich bin ein Versuch. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was war das jetzt? Dann halt nochmal das weiß ich auch mal diese ganzen nachrichten da dran sind die leute haben keinen bock ach lassen wir den aus oder computer und Ah, da hinten. Okay. Wow. Nice. Nice. Das hat jetzt auch wieder mehr Damage gemacht. Also, okay. Ähm. Langsam verstehe ich es dann doch wieder nicht, weil einige Attacken machen mehr Schaden als vorher. Dann machen es wieder weniger. Und hä? Ich probiere es jetzt einfach so. Also... Immer wieder hinlaufen, Boss. Und dann... Nah. Sind auch nicht so geil. Halt's Maul. Ja. 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 Dann hält es mich hin, so höher. Ja. 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 Oh mein Gott. Und da machtest du die Trucker Pack aktuell. Das war's. Das war's.